Und wie schaut die Lage in Wien aus? Da ist weisslich. Da sieht man blau. Ja, das gefällt den Leuten, die die chemischen Wolken nicht mehr zerstören. Ja, blau, blau, blau. Da denkt man immer noch, es wäre blau. Hm, das ist aber nimmer glaubt, gell? Und das ist nur der Winkel, wie die Faser aufgeleuchtet werden. Und günstige Winkel zum Aufleuchten, dass man es wahrnehmen kann. Deswegen sieht man das eher blau. Ist das aber nicht. Und wenn man sich dem Winkel nähert, ja, weil das ist nämlich auch blau, nur da ist es leider am Weg zum Blau dermaßen aufgeleuchtet, deswegen ist es weiß. Ja, wäre das nicht aufgeleuchtet, dann ist das genauso blau.